Das letzte Mal hatten wir viele Fragen beantwortet und eigentlich das Thema wäre gewesen, über Energieeinsparung, Energiepolitik, Klimawandel und so weiter zu sprechen, als Vorbereitung eigentlich auf das, was heute kommt. Und dann hatten wir das ein bisschen abgekürzt und ich hatte Ihnen, Sie gebeten, sich das einfach zu Hause einfach mal anzuschauen. Da werden wir jetzt auch gar nicht groß drüber sprechen, sondern wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Und letzten Endes führt das, was dann in der Klimapolitik im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen, beschlossen wurde, zu konkreten Verordnungen in Deutschland oder auch global. Wobei, wir reden jetzt erstmal über das Bauen in Deutschland, deswegen schauen wir uns da einfach mal die entsprechenden Vorgaben an in Sachen Wärmeschutz. Das Ganze ist aktuell geregelt und das ist natürlich auch das, was wir uns hauptsächlich anschauen im Gebäudeenergiegesetz. Ja, Ingenieure sind da manchmal nicht so besonders einfallsreich, deswegen wird das Ding Gag abgekürzt, Gebäudeenergiegesetz. Also wenn ich von Gag rede, dann meine ich das Gebäudeenergiegesetz. Das ist nochmal so ein Meilenstein gewesen in der Energiepolitik oder in der Gesetzgebung, weil das nochmal zwei oder mehrere Gesetze zusammengefasst hat. Das kann man, je nachdem, welche Quelle Sie da im Internet finden, auch lesen in der Überschrift. Da steht dann sowas drin zur Vereinheitlichung von Energieeinsparverordnung, Erneuerbaren-Energie-Gesetz und so weiter. Also das fasst nochmal verschiedene Sachen zusammen, das werden wir uns sicherlich ausführlich anschauen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne die Brücke schlagen, sonst schwebt das so im Nirgur nirgendwo. Zu dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich als wir über Baukonstruktionen so ein bisschen sprachen, dass sie von der Nutzung kommend auf die Funktionen sozusagen sich weiterentwickeln, die die einzelnen Bauteile innehaben müssen. Und letzten Endes ist das ja erstmal ganz viel Funktionssicherung, das hatten wir letztes Mal schon mal. Und dann kommt noch dieses energiepolitische Thema obendrauf. Das heißt, wenn man sich die Aufgaben des Wärmeschutzes, und das sind natürlich konkret dann auch unsere Aufgaben im ersten Semester, anschaut, dann geht es eigentlich um diese sechs Themen für uns. Also Gesundheit der Nutzer natürlich, also ein hygienisches Raumklima zu schaffen. Das wird eine Rolle spielen bei uns im Bereich der Lüftung oder auch im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes. Dann die Behaglichkeit der Bewohner sicherzustellen und dann kommen drei Hauptziele, wenn man so will. Das ist der Energieverbrauch, das ist das energiepolitische Ziel. Dann Klima- und Umweltschutz, hängt eng zusammen. Und als drittes Hauptziel Schutz der Baukonstruktionen und das ist bei uns überwiegend die feuchte Einwirkung im Bereich des Wärmeschutzes. Und dann natürlich gibt es auch noch so ein Nebenziel, wobei, also für den Bauherrn, für den Investor ist das natürlich kein Nebenziel, sondern mit ein Hauptziel. Nur wir als Bauphysiker, wir haben jetzt nicht primär mit den Herstellkosten und den Betriebskosten zu tun. Wir haben da Schnittmengen, ganz klar, aber ich sage mal, das wird eigentlich eher ein Thema sein, was der Architekt oder die Architektin mit den Bauherren dann besprechen muss, das Thema Herstellkosten und Betriebskosten. Da nochmal der Hinweis, dass sich da gerade was ändert. Also wenn man die Herstellkosten und Betriebskosten zusammenrechnet, dann landet man bei etwas, was üblicherweise LCC abgekürzt wird. Das sind die Lebenszykluskosten. Das ist gerade ein Wandel. Da hatte ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Das heißt, momentan wandelt sich die Sichtweise von den Herstellkosten. Das ist momentan sicherlich die spannende Frage vieler Bauherren. Was kostet es, dieses Haus zu bauen, dieses Haus zu errichten? Und man vernachlässigt noch die Betriebskosten, was unklug ist, wenn man sich die prozentuale Verteilung anschaut, was wir ja schon mal getan haben. Insofern wandelt sich das. Im Nichtwohnungsbau ist das eigentlich schon die Standardfrage oder die übliche Frage. Also wie hoch sind die Lebenszykluskosten? Wie hoch oder wie ist das Verhältnis zwischen Herstellkosten und Betriebskosten? Beim Einfamilienhausbau sind es eher noch die Herstellkosten, weil viele Bauherren einfach da an ihr Limit gehen, was die Investitionen angeht. Grundstückskauf, das Haus draufsetzen, landet man ja heutzutage in der Regel irgendwo ganz grob zwischen ab 400.000 vielleicht aufwärts, wenn es ein günstiges Haus ist, inklusive Grundstück. Wobei die Grundstückskosten, sage ich mal, separat betrachtet werden. Das sind die Hauptziele wiederum. Also wir haben die Funktionen uns angeschaut. Das sind die Ziele dahinter. Und jetzt schauen wir so ein bisschen konkreter rein. Wo steht das denn jetzt konkret? Also wir haben diese Ziele natürlich definiert, aber wo steht jetzt ganz konkret, wie wir bauen müssen? Das ist ja eigentlich die Frage, die Sie stellen, die wir stellen müssen. Also wo steht das konkret? Und da gibt es eben diese Hauptregelwerke, die da genannt sind. Wir haben, und das werden Sie so langsam mitbekommen, im Bauwesen ganz viel mit Normen zu tun, mit DIN-Normen. Deutsches Institut für Normung ist das die Abkürzung. Das hieß mal Deutsche Industrienorm, aber das ist jetzt das Deutsche Institut für Normung. Die DIN-Normen. Dann gibt es noch DIN-EN-Normen, DIN-EN-ISO-Normen. Also je nachdem, in welchem Kontext das vereinheitlicht wurde. EN für europaweite Norm. ISO-Norm ist eine internationale Normung. Und rein Deutsch in Anführungsstrichen Norm ist dann eine DIN-Norm. Dann gibt es noch DIN-E und dieses E steht für Entwurf. Also wenn die Norm noch nicht veröffentlicht wurde. Das ist ein ziemlicher Wust. Nichtsdestotrotz kann man das immer wieder eindampfen. Also je nach Fragestellung lässt sich das eindampfen. Und dann gibt es eine Handvoll oder zwei Hände voll Normen, die mit der eigentlichen Fragestellung dann auch zu tun haben. Für uns ist das im Bereich des Wärmeschutzes ganz, ganz wichtig. Die DIN 4108. Da gibt es verschiedene Teile, die wir dann auch uns anschauen werden. Und da stehen dann so Sachen drin, wie zum Beispiel der Mindestwärmeschutz. Also die Funktionssicherung ist in der DIN 4108 genannt. Und zwar im Sommer und im Winter. Also die absolute Untergrenze ist dort aufgelistet. Da gucken wir dann später nochmal konkret rein. Also das ist für uns so das Mindestlevel. Ja, also die unterste Latte, über die müssen wir auf jeden Fall drüber hüpfen. Eine weitere wichtige Norm, die einen anderen Bereich betrifft, das ist die DIN 1946 Teil 6. Also dieses Minus 6 heißt, das ist der sechste Teil der 1946er Norm. Und die beschäftigt sich ausschließlich mit Lüftung von Wohnungen. Da steht jetzt nicht drin, wie oft Sie das Fenster auf und zu machen müssen. Also darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie hoch oder wie groß ist der Mindestluftwechsel, den Sie betreiben müssen zur Sicherstellung der Hygiene. Also da geht es nicht ums Stinken, sondern da geht es um die Feuchtigkeit im Gebäude, die Sie abgeben, die Pflanzen abgeben, die beim Duschen entsteht, die beim Kochen entsteht. Und die Feuchtigkeit muss raus, weil es sonst ein Problem wird. Und das steht dann wiederum in der DIN 1946 Teil 6 drin. Das heißt, wenn wir im Teil D, ist das bei uns, über luftdichtes Bauen und Lüftungskonzepte sprechen, dann wird das für uns die maßgebliche Norm sein, wenn es um Lüftungskonzepte geht. Und dann gibt es noch ein drittes großes Gesetz, was letztes Jahr am 1. November, ab dem 1. November gilt oder seit dem 1. November gilt. Das ist das Gebäudeenergiegesetz. Und das fasst die Anforderungen aus den Vorläufergesetzen. Das war die Energieeinsparverordnung. Das war das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz. Das EEG, das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das fasst diese Gesetze zusammen. Da haben alle lange drauf gewartet, weil sonst musste man mindestens in zwei verschiedenen Gesetzen nachgucken, wie muss ich jetzt energiepolitisch korrekt bauen. Also das ist auch eine Untergrenze. Untergrenze 2. Das heißt, wir haben, wenn es um den Wärmeschutz geht, zwei Themen oder zwei Normen, die wir beachten müssen. Wir müssen bauteilbezogen. Also das hier oben ist maßgeblich für die Bauteile. Wir müssen für jedes Bauteil die Untergrenze oder den Mindeststandard einhalten, der in der 4108 geregelt ist. Und wir müssen auf der Gebäudeebene für das ganze Gebäude die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes einhalten. Das stimmt nicht ganz, weil im Gebäudeenergiegesetz gibt es auch wieder Verweise, was die Bauteile betrifft. Aber wir machen es nicht komplizierter, weil dann zeigt das GEG nur wiederum auf die 4108. Insofern kann man sagen, okay, wir haben diese zwei maßgeblichen Anforderungen. Das eine, die eine Norm beschäftigt sich mit den Bauteilen und auch mit den Wärmebrücken, also mit konstruktiven Details. Man kann sagen, die 4108 ist für uns die maßgebliche Verordnung, wenn es um die Baukonstruktion geht. während das Gebäudeenergiegesetz auf ein höheres Niveau steigt sozusagen, also von weiter weg auf ihr Gebäude schaut und sagt, ich mache jetzt Anforderungen, die für das ganze Gebäude gelten. Und daraus ergeben sich natürlich wiederum Folgen für die Bauteile, wenn man so will. Und das gucken wir uns natürlich dann noch im Detail an. Das heißt, wir sind wiederum jetzt eine Stufe tiefer eingestiegen. Wir sind von der Nutzung auf die Funktionen gekommen, der Bauteile, und haben daraus Funktionen abgeleitet für den Wärmeschutz. Jetzt sind wir noch eine Ebene tiefer gekommen, noch konkreter geworden sozusagen und kennen jetzt zumindest mal die wesentlichen Regeln, die die Anforderungen definieren. Also diese Normen definieren nicht, wie konkret die Außenwand gebaut wird, sondern sie definiert die Anforderungen an das Bauteil. Und wir müssen dann natürlich nochmal eine Ebene konkreter werden, wenn wir die Frage beantworten wollen, mit welchem Bauteil konkret lässt sich denn die Anforderung umsetzen. Ist das eine Mautwerkswand, ist das eine mit Dämmung oder ohne Dämmung? Und dafür gibt es dann wiederum Normen, die die Ausführung betrachten. Also wie eine Mauerwerkswand auszusehen hat zum Beispiel. Aber wir sind schon mal ein Stück weit konkreter geworden. Wenn wir uns das mal im geschichtlichen Kontext anschauen, dann erahnt man, welche rasante Entwicklung in dem Bereich stattgefunden hat. Auch wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit Automobilen als Beispiel oder Verbrennungsmotoren, dann ist die Entwicklung im Gebäudebereich sehr viel rasanter gewesen in den letzten Jahrzehnten als im Bereich Automobile. Wir werfen jetzt hier mal einen Blick auf typische Altbauten aus den 50er bis Ende oder Anfang 70er Jahre. Und hier aufgelistet sind jetzt erstmal prozentual die Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile. Also wie viel Prozent der Wärmeverluste geht jetzt übers Dach? Und das sind dann hier in dem obersten Beispiel 15 Prozent, die übers Dach letzten Endes an Wärme verloren gehen. Genauso viel über die Wand. Ein Drittel ging damals über den Heizungsbetrieb durch den Schornstein, wenn man so will. also ein Drittel des Öls, was sie getankt haben, ist direkt in die Luft gegangen und so weiter und so fort. Das heißt, ein Drittel über die Fenster, das war noch ein anderer großer Verlustanteil. Und das Ganze gilt jetzt für ein Reihenhaus. Das heißt, ein Haus, was in der Mitte steht, in der Reihe, das nennt man Reihenhaus. Wenn wir dann ans Ende der Reihe gehen, hat man entweder ein Reihenendhaus oder sowas wie eine Doppelhaushälfte. Da ist die Verteilung etwas anders. Warum? Weil ich mehr Außenwandfläche habe. Beim Reihenhaus habe ich ja nur die Draufseiten letzten Endes und die Giebelseiten fehlen ja. Und hier bei dem Reihenendhaus habe ich natürlich eine Giebelseite, Außenwand mehr. Das heißt, der Anteil verschiebt sich ein bisschen. Ich habe ein bisschen mehr Bauteile außenrum. Aber ansonsten bleibt natürlich das in etwa gleich. So, noch etwas anders ist dann die Verteilung beim Freistehen in Einfamilienhaus, aber die Größenordnung bleibt eigentlich bestehen. Das heißt, das ist ja nur die prozentuale Verteilung. Wenn wir jetzt gleich auch auf die absoluten Verluste gucken, dann ist das natürlich was anderes. Dann hat so ein Einfamilienhaus mit sehr viel mehr Oberfläche automatisch mehr Wärmeverluste als ein Reihenmittelhaus zum Beispiel, aufgrund der größeren Oberfläche. So, und dann haben wir noch den Bungalow. Den gab es damals relativ häufig. Das heißt, das Flachdach ist dann noch dazugekommen, aber prozentuale Verteilung eigentlich gleich. Das heißt, das sind typische Wärmeverluste für Gebäude, die noch vor der ersten Wärmeschutzverordnung, die nämlich Mitte der 70er Jahre in Kraft trat, gebaut worden sind. Das Ziel damals im Wärmeschutz war einfach nur eine Funktionssicherung. Energie hat damals so gut wie nichts gekostet, bis zur ersten Ölpreiskrise und insofern hat man da wirklich nur geguckt, dass das Haus funktioniert. Das heißt, sich um so Themen wie luftdichtes Bauen natürlich gar nicht so richtig gekümmert. Und das hat sich natürlich sehr stark geändert, als nämlich der politische Wille dahinter steckte. Wir springen jetzt ein bisschen. Wir sehen ganz links den Zeitpunkt der ersten energiepolitischen Verordnung, die nicht nur zum Ziel hatte, dass das Haus funktioniert, sondern auch noch ein energiepolitisches Ziel festgemacht hat. Und das war die Wärmeschutzverordnung 1977. Das hat dann den Deckel erstmalig auf eine Größenordnung gelegt, die schärfer war als die reine Anforderung aus den Bauteilen heraus. Und da sehen wir, in welcher Größenordnung sich das bewegt. Runden wir mal ein bisschen ab. Also die erste Anforderung hat dazu geführt, dass ich für eine Doppelhaushälfte einen sogenannten Primärenergiebedarf habe. Was das ist, das thematisieren wir noch, der in etwa bei 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr lag. Quadratmeter Grundfläche oder Nutzfläche des Hauses ist damit gemeint. weiß einer von Ihnen, wie viel Liter Öl das sind. Also wie viel Liter Öl brauche ich, um 250 Kilowattstunden Primärenergie bereitzustellen? Der sogenannte Heizwert. Könnten wir jetzt mal nachgucken. Man kann sich es aber auch merken. Herr Morbe. Genau. Was heißt, so ein Eimer voll, ein Putzeimer, ein großer Putzeimer voll Öl pro Quadratmeter, das war so ganz grob, da sind jetzt ein paar Vereinfachungsfehler dabei, aber ganz grob der Primärenergiebedarf, der die erste Messlatte energiepolitisch darstellte. Kubikmeter Erdgas hat den gleichen Heizwert. also ein Kubikmeter Erdgas hat auch den Heizwert von 10 Kilowattstunden. Also ich brauche entweder 25 Kubikmeter Erdgas pro Quadratmeter oder für jeden Quadratmeter eine Erdgassäule, die 25 Meter hoch ist oder 25 Liter Öl. Aus jetziger Sicht natürlich unfassbar viel. Und das hat sich dann über die Jahre immer weiter angepasst. Und was wir hier sehen, ist einerseits die politische Obergrenze, also der Mindeststandard, wenn man so will. Und andererseits gab es natürlich auch immer Bauherren, die besser gebaut haben als der Mindeststandard. Und es gab auch immer Forschungsprojekte, Forschungsbauvorhaben, die gezeigt haben, was technisch machbar ist oder was umsetzbar ist mit der jeweiligen Technologie, zu der jeweiligen Zeit. Und das soll dann hier unten diese Grenze verdeutlichen. Immer. Sie sprechen von dem Bereich, den ich hier gerade straffiere, komme ich gleich zu. Ja, also Minütchen zwei, dann sprechen wir darüber. Wird jetzt gern noch mal über diese und die Baupraxis hat sich irgendwo dazwischen abgespielt. Ja, das ist der Pfeil, der da so zwischen Mindestanforderungen und technisch Machbarem sich bewegt oder was andeuten soll, dass das eigentlich die übliche Bauweise dann zur jeweiligen Zeit war. Das heißt, damals haben auch schon die Häuser nicht 25 Liter verbraucht, sondern vielleicht 20 Liter, weil das die übliche Bauweise einfach war. Dass das ein kontinuierlicher muss. Das heißt, man hatte damals, Anfang der 80er Jahre natürlich noch gar nicht die Materialien, die Baumaterialien, die wir heute haben. Man hatte noch gar nicht die Heizungstechnik, die wir heute haben. Insofern ist klar, dass ich das in Stufen verschärfen muss, um dann auch immer wieder die Entwicklung herauszufordern. Ohne die gesetzgeberischen Randbedingungen findet auch eigentlich nicht diese Entwicklung statt, die man braucht. Die nächste Wärmeschutzverordnung ist dann die von 1984, dann gab es eine von 1995, das war die, als ich noch studiert habe, da war das Leben in der Bauphysik noch einfach, weil man hat nur einen mittleren U-Wert berechnet, nannte sich damals K-Wert, aber war egal. Und dann gab es einen großen Meilenstein und das war die erste Energieeinsparverordnung im Jahr 2002. Warum? Weil ab dem Zeitpunkt nicht nur die Gebäudehülle und die Baukonstruktion betrachtet wurden, sondern auch die Heizungstechnik mit betrachtet wurde und bewertet werden musste. Das heißt, bis zur Energieeinsparverordnung 2002 habe ich mir nur die U-Werte der Bauteile angeguckt, also wie gut dämmen die Bauteile, wie gut dämmt das Fenster, die Außenwand, das Dach und so weiter. Und das waren meine Anforderungen. Und ab dem Jahr 2002, NF 2002 kam dann die Gebäudetechnik noch mit dazu und man konnte dann auch das wiederum natürlich besser planen. Also man konnte durch eine effizientere Anlagentechnik auch eine etwas schlechtere Gebäudehülle kompensieren sozusagen. Deswegen dieser Meilenstein 2002 und Sie sehen, das ging dann noch ein bisschen weiter. Es gab Verschärfungen der Energieeinsparverordnung in zwei Stufen, eigentlich drei Stufen, 2016 war auch noch mal so eine kleine Stufe drin, bis dann letztes Jahr im November das Gebäude Energie Gesetz eingeführt worden ist, weil eigentlich fehlt hier noch was. Es gab nämlich so ab dem Zeitpunkt hier auch das sogenannte EE-Wärme-Gee, das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, was dann die Verwendung erneuerbarer Energien im Bereich der Wärme bei Neubauten auch wiederum regelte. Herr Morbe, haben Sie die Hand noch oben oder Aha. Nee. Also es gibt Ländergesetze, die die Umsetzung der einzelnen Dinge regeln, weil Bauern in gewisser Hinsicht immer noch Ländersache ist, aber das EE-Wärme-G, wie der Name sagt, ist ein Bundesgesetz. Also das gilt bundesweit, galt bundesweit. Und das wurde dann wiederum zusammengefasst, also das EE-Wärme-G und die Energieeinsparverordnung und noch ein weiteres Gesetz und das ist dann letzten Endes das, was wir heute als Gebäudeenergiegesetz kennen, mit dem wir uns dann auch beschäftigen. Sodass dieser Mindeststandard immer weiter abgesenkt wurde, bis man eigentlich heutzutage so in der Größenordnung liegt, von 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, was der gesetzliche Grenzwert ist. Wir werden sehen, das ist kein richtig scharfer Grenzwert, weil der sehr vom Gebäudetyp abhängt, aber das ist die Entwicklung der letzten vier Jahrzehnte, also von 25 Litern runter auf vier Liter, das ist die Entwicklung im Gebäudebereich der letzten 40 Jahre. und das ist natürlich eine rasante Entwicklung, auch wenn man das mit dem Kraftfahrzeugmarkt vergleicht, aktuelle Verbrennungsmotoren haben vielleicht einen Spritverbrauch, der so um die sechs Liter liegt, das heißt, wenn ich da das fünffache rechne, hätten die Autos 1980 irgendwie 30 Liter verbrauchen müssen und dann hätte ich die gleiche Entwicklung im Automobilmarkt gehabt. Ich will jetzt nicht die Autos schlecht machen, ich will das nur im Verhältnis setzen, dass im Gebäudebereich schon sehr viel passiert ist. Jetzt nähern wir uns Ihrer Frage von eben. Der Forschungsstand war schon relativ früh soweit, das ging dann ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist dieses sogenannte Passivhaus, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, was dann in den 90ern entwickelt wurde und was als Ziel hatte tatsächlich unter anderem so dieses Thema Drei-Liter-Haus. Drei-Liter heißt 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Drei-Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr. Deswegen Drei-Liter-Haus. Passivhaus hat noch eine andere Anforderung, die werden wir auch noch kennenlernen. Also schon ein sehr, sehr stark reduzierter, weitestgehend auf das wirklich erforderliche Reduzierte. Die Entwicklung ging dann noch weiter, dass man also auch noch vor der Jahrtausendwende es hinbekommen hat, durch geeignete Konzepte sogenannte Null-Heiz-Energie-Häuser zu kreieren. Tauchen manchmal auch unter dem Begriff Solarhäuser auf, dass ich es also schaffe, die solaren Wärmegewinne des Sommers mit in den Winter hinein zu retten. Anders lässt sich das nicht bewerkstelligen. Null-Heiz-Energie heißt, dass ich natürlich noch Energie für die Beleuchtung brauche, natürlich noch Energie brauche fürs Kochen und so weiter, also Strom brauche ich nach wie vor, aber diese Gebäude brauchen im Wesentlichen keine Heizung mehr oder keine Heizenergie. Sie brauchen eine Heizung natürlich, aber die lädt sich sozusagen selber auf. Und der nächste Schritt war dann, sogenannte Plus-Energie-Häuser zu konzipieren. Wie schaffe ich das, dass ein Gebäude mehr Energie erzeugt, als es verbraucht, indem ich dann Energieerzeugungssysteme ans Gebäude ankopple oder im Bereich des Gebäudes aufbringe, wie zum Beispiel Photovoltaik, dass ich also Strom erzeuge mit Photovoltaikelementen, die auf meinem Dach liegen. Das heißt, das Gebäude selber, ja, es wird so ein bisschen plakativ geschildert als das Gebäude als Kraftwerk oder sowas, aber ich brauche dafür natürlich eine Technik. Also ich kann jetzt erstmal ohne diese Technik kein Plus-Energie-Haus zaubern. Man war dann aber, naja, die Grenze ist dann logisch, also je größer die Photovoltaik-Fläche ist, desto mehr Energie kann ich erzeugen. Das heißt, ich kann natürlich beliebig das auch umsetzen. Die Frage ist, macht das Sinn oder nicht Sinn? Also macht das wirtschaftlich Sinn, macht das von der Ökobilanz Sinn? Plus-Energie-Haus zu konzipieren. Eine andere Möglichkeit der Stromerzeugung im Gebäudebereich sind sogenannte Blockheizkraftwerke, dass ich also durch einen Motor einen Generator antreibe. Dabei entsteht Wärme und Strom. Das heißt, ich habe so eine Kombi-Heizung, wenn man so will, aus Stromerzeugung und thermische Energie. Auch dadurch kann ich näher in die Richtung Plus-Energie-Haus kommen. Also es ist dann ein bisschen Definitionsfrage, was Plus-Energie-Haus ist. Die einen sagen, das ist eine Mogelpackung. Die anderen sagen, naja, es ist schon jetzt der nächste Entwicklungsschritt logischerweise, gerade wenn da noch Elektromobilität mit dazu kommt, man diese Sektorenkopplung hat zwischen Gebäudesektor und Verkehrssektor, dass sie also ihr E-Auto dann mit den eigenen Photovoltaik-Modulen aufladen, so die Vorstellung. Also das ist die Technik, mit der man dann in diesen Plus-Bereich reinwandern kann. Und eigentlich ist es auch so, dass die europäische Gebäuderichtlinie naja, schon in die Richtung weist, man sich aber so ein bisschen eine Definitionslücke gelassen hat. Also das europäisch, die europäische Gebäuderichtlinie fordert ab dem Jahr 2020 eine nahezu Null-Energiehaus als Niveau, als gesetzliches Niveau für Gebäude. Aber was heißt nahezu Null-Energiehaus? Wie dicht dran an der Null muss ich sein? Und das ist dann wiederum Ländersache, das zu definieren. Was definiert Deutschland als nahezu Null-Energiehaus? Und da sagt Deutschland, das ist für uns das Gebäudeenergiegesetz, das ist für uns nahezu Null-Energie. Kann man jetzt wieder unterschiedlichen Standpunkten zu haben. Ich würde jetzt sagen, das ist noch nicht wirklich nah an Null dran, aber es ist aus meiner Sicht trotzdem eine sinnvolle Größe. Also ist die Frage, ob man da tatsächlich noch näher an Null rankommen muss, weil der Aufwand natürlich, das zu realisieren, immer stärker steigt. Also es ist nicht der gleiche Schritt gewesen von der Energieeinsparverordnung 2009 auf 2014 vom Aufwand her im Verhältnis zum Nutzen, den das gebracht hat, wie der Schritt von der Wärmeschutzverordnung 77 auf 84. Der Aufwand war viel geringer und die Wirkung, der Ertrag war natürlich viel größer. Das ist aber Wesen von allen Optimierungsprozessen. Also die Frage ist, muss man es noch weiter verschärfen, welche Ziele verfolge ich damit? Das werden wir vielleicht dann diskutieren, wenn Sie Ihre Gebäude haben. Ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist. was Plus-Energiehäuser sein können, wie ich es schaffe, dass Energie erzeugt wird im Gebäudebereich. Also es ist immer eine zusätzliche Technik. Sie können sich Photovoltaik auch jetzt schon aufs Dach kleben und wenn Sie da die Bilanz aufmachen und es kommt weniger als Null raus, also Energie, die Sie zum Heizen brauchen, abzüglich der Energie, die Sie erzeugen und es kommt eine Zahl raus, die kleiner als Null ist, dann haben Sie ein Plus-Energiehaus. So, für uns heißt das, was für Sie heißt das, wir müssen uns natürlich jetzt möglichst schnell damit beschäftigen, was sind denn dann konkret die Anforderungen des Gebäude-Energiegesetzes und der DIN 4108, weil wir müssen ja jetzt, Sie müssen später im Planungsprozess aus den Wünschen der Bauherrnschaft, aus den Nutzungswünschen des Bauherrn, konkrete Bauteile formen. also es ist, wir sind jetzt im Planungsprozess, wir gucken uns gleich den Planungsprozess Wärmeschutz mal an konkret, wir sind relativ früh in der Situation, dass wir aus den Anforderungen des Bauherrn konkrete Anforderungen an Bauteile ableiten müssen. Das heißt, wir müssen sehr früh schon wissen, was wir ganz am Ende nachweisen müssen. Wenn Sie sich erinnern an den Einstieg ins Thema Planung eines energieeffizienten Gebäudes, Seite 12 und 13, dann war der erste Schritt hier hinten eigentlich auch der letzte Schritt. Das heißt, ich muss mich mit den Zielen beschäftigen. Was heißt das konkret für mein Gebäude und was ergibt sich konkret daraus für ein Bauteil? Das heißt, das hier ist der erste Schritt, den wir jetzt zeitnah, sprich heute durchführen müssen, dass wir nämlich klären, welche Anforderungen, welche Stufen gibt es denn? Gibt es nur das Gebäudeenergiegesetz oder was sind die besseren Stufen? Und was heißt das dann konkret, wenn Sie jetzt den Pfeil hier mal weiter verfolgen? Das geht dann auf die Seite hoch. Da kommt es dann rüber. Und das heißt, bewerten der Planungsgrundlagen. Das heißt, ich muss mir den Gebäudeentwurf anschauen und dann muss ich sagen, ist das jetzt ein kompaktes Haus? Dann sind das gute Voraussetzungen vom Gebäudeentwurf her. Dann habe ich wenig Probleme mit Wärmebrücken zum Beispiel. Oder ist der Gebäudeentwurf sehr zerklüftet und zergliedert mit sehr großen Oberflächen behaftet? Dann muss ich mehr Aufwand in die Konstruktion stecken und das wäre sozusagen der Schritt 1.1 und der Schritt 1.2 ist dann, und das wird uns dann jetzt die nächsten Wochen beschäftigen, die Vordimensionierung der Bauteile. Also wie komme ich auf die konkretere Stufe runter von den Anforderungen auf konkrete Wände, Dächer, Decken, Bodenplatte und so weiter. Und dafür werden wir gleich in Gruppen weiterarbeiten. Sie werden in Gruppen weiterarbeiten und die eine Gruppe schaut sich mal das Gebäudeenergiegesetz an. Das haben Sie als Material im Arbeitsheft hinten enthalten und schauen sich mal, ich habe hier schon mal aufgelistet, die verschiedenen Anforderungen, die konkreten Anforderungen für den Neubau eines Einfamilienhauses oder Wohngebäudes mal an. Wichtig für uns sind natürlich erstmal die Sachen Mindestwärmeschutz, Angaben zu Wärmebrücken, zu Dichtheit, zum sommerlichen Wärmeschutz und hier zum Jahres mehr Energiebedarf. Das sind nämlich die Hauptanforderungen, die die Konstruktionen beeinflussen. Dann stolpern Sie natürlich über Begriffe, die Sie noch nicht kennen. Also was heißt denn überhaupt Primärenergiebedarf? Da müssen wir drüber sprechen. Das wäre also ein erster Schritt, natürlich die Grenzwerte zu kennen, die ich einhalten muss. Ganz klar. Dann werden wir auch in Gruppen uns mit den Mindestanforderungen an die Bauteile oder bezogen auf die Bauteile beschäftigen. das ist die 4108. Die finden Sie auch im Gebäudeenergiegesetz natürlich wieder und schreiben das mal nebeneinander auf. So, das sind schon mal zwei Arbeitsgruppen, die wir gleich bilden werden. Gerne auch schon, wenn Sie schon Wunschgruppen haben, gerne schon auch auf dem in der Zusammensetzung, in der Konstellation. Zweite Frage. Wir haben eben diese Abbildung gesehen. die Baupraxis war immer niedriger als der Gesetzgeber. Also was wäre sozusagen, gibt es Anforderungsstufen, die es lohnend erscheinen lassen, besser zu bauen, als der Gesetzgeber das möchte? Und das sind zum Beispiel KfW-Effizienzhäuser und Passivhäuser. Wobei wir uns hauptsächlich konzentrieren wollen auf die KfW-Effizienzhäuser, weil das erstens in der breiten Masse die übliche Bauweise heutzutage ist. Und Passivhäuser ein bisschen, also haben noch mehr Anforderungen als jetzt Effizienzhäuser. Wir gucken uns nur ein bisschen die Anforderungen an. Aber die übliche bessere energetische Stufe, das sind die KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau. KfW heißt Kreditanstalt für Wiederaufbau. KfW-Effizienzhäuser, die in drei Stufen letzten Endes auch Förderprogramme koppeln mit der Bauweise. Das sind Effizienzhäuser 55, 40 und 40 plus. Und diese Prozentzahl oder die Zahl, die da steht, das heißt dann x Prozent von zulässigen 100%. Das heißt, wenn da steht KfW-Effizienz aus 55, heißt das, ich habe 55 Prozent nicht überschritten von zulässigen 100%. Meine Unterschreitungen sind quasi 45%. Angenommen, es sind 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter zulässig, dann erreiche ich mit dem Effizienzhaus 5,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das ist die Zahl, die da steht. Und 40, dementsprechend natürlich die schärfere Anforderung, 60 Prozent Unterschreitung oder 40 Prozent Ausnutzungsgrad, könnte man sagen, bezogen auf die 100% und die 100%, das ist dann das Gebäude-Energie-Gesetz beziehungsweise das sogenannte Referenzhaus, das gucken wir uns dann auch gleich an. Also das sind übliche Bauweisen, die besser sind, als der Gesetzgeber das von Ihnen verlangt. Und jetzt ist es eine Frage an den Bauherren natürlich. Wenn Sie Bauphysikplanerin sind, dann müssen Sie den Bauherren fragen, was möchtest du denn? Möchtest du diese Förderprogramme ausschöpfen? Möchtest du Fördergelder und Zuschüsse bekommen? Also ein zinsgünstiges Darlehen und Zuschüsse Geld geschenkt. Wenn du das möchtest, dann müssen wir aber auch besser bauen. Wir müssen dann sicherlich mehr Geld in die Hand nehmen und dann wird der Bauherr sie zurück fragen. Naja, wenn es lohnt, dann machen wir das. Dann baue ich besser, wenn es unterm Strich für mich besser ist, dann mache ich das. Oder der Bauherr weiß von vornherein schon, dass er das machen möchte. Also das ist dann die Frage, wie viel Beratung der Bauherr von Ihnen möchte oder braucht, bis er entscheiden muss, was er gerne hat. Und die Entscheidung werden Sie in der Praxis eigentlich nie direkt vom Bauherrn bekommen, nur ganz selten, sagen wir mal. Das heißt, sehr oft sagt der Bauherr in den ganz frühen Ideenphasen, Leistungsphasen, in den Vorentwurfsphasen, wie muss ich denn bauen, wenn ich nur die gesetzgeberischen Anforderungen einhalten will und wie müsste ich bauen, um ein Effizienzhaus 55 zum Beispiel zu realisieren oder wie müsste ich bauen, um Effizienzhaus 40 zu realisieren. Das heißt, bis der Bauherr entscheidet, braucht er von Ihnen eine Variantenberechnung und das werden wir natürlich auch machen, wenn Sie Ihr Gebäude haben, werden Sie für Ihr Gebäude untersuchen und das können Sie auch schon ohne Gebäude machen, bezogen auf die Bauteilebene, ist es ja egal, wie das Haus aussieht erstmal, werden Sie ermitteln, wie muss denn die Außenwand aussehen, damit ich das Gebäude Energiegesetz einhalte, wie muss die Außenwand aussehen, damit ich ein Effizienzhaus einhalte und wie müsste die Außenwand vielleicht auch nur aussehen, wenn ich den Mindestwärmeschutz einhalte, bevor dann der Bauherr eine Entscheidung treffen kann. Der Architekt würde dann mit Ihren Angaben eine Kostenschätzung machen, würde sagen, okay, wenn wir die einfachste Variante bauen, die kostet dann so und so viel Euro pro Quadratmeter und so weiter und dann kann der Bauherr entscheiden, ich kriege Zuschuss, ich kriege ein zinsgünstigeres Darlehnen, ich muss mehr ausgeben beim Bauen, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das nicht für mich, das ist dann die Entscheidung, die der Bauherr dann treffen muss, bevor es weitergeht in der Planung, aber die brauchen wir. So, das heißt, wir werden dann im weiteren ein bisschen springen, ich zeige Ihnen das schon mal, wo das steht, das ist im Kapitel B1, die homogenen Bauteile, da ist das dann enthalten, das ist dann diese Tabelle hier, nur dass Sie wissen, wo die herkommt, ignorieren Sie mal da den Begriff U-Wert, den erklären wir noch, aber letzten Endes müssen Sie immer in einem Projekt quasi so eine Tabelle ausfüllen, gedanklich oder tatsächlich, das heißt, Sie müssen für eine Außenwand gegen Außenluft zum Beispiel mal hinschreiben, wie gut muss die sein und das ist dann der Widerstand um, also R, R-Min, der maximale Widerstand, Wärmedurchlass Widerstand des Bauteils zur Funktionssicherung, wie groß ist dann der U-Wert, der daraus folgt, ist ja mal egal, was das heißt, also einen Wert muss ich ermitteln. Wie hoch ist der nach Gebäude Energie gesetzt, wie hoch ist der, wenn ich ein KfW Effizienzhaus baue, wie hoch müsste der sein oder dürfte der maximal sein für ein Passivhaus und dann stehen da vier Zahlen, die kann ich dann konkret baukonstruktiv umsetzen, das wäre dann wieder der nächste Schritt, das heißt, ich muss jetzt die Anforderung konkretisieren und daraus dann eine Baukonstruktion auswählen und das würde man für all die Bauteile tun, die Sie halt an Ihrem Haus haben, also Außenwand gegen Luft werden Sie haben, Sie werden eine Kelleraußenwand haben, Sie haben vielleicht eine Wand zwischen Wohnhaus und Garage, das ist dann zu einem unbeheizten vielleicht Decken, eine Bodenplatte werden Sie auf jeden Fall haben und so weiter und so fort, das heißt, all das sind Bauteile, die können Sie haben, Sie müssen sie nicht unbedingt haben, das hängt von Ihrem Entwurf ab. So, das ist quasi jetzt die nächste Konkretisierung und das ist etwas, was Sie konkret planerisch tun müssen, immer, wenn Sie später als Bauphysikerin tätig sind, dann ist das Ihr täglicher Job, in der Vorbereitung eines Projektes. Nochmal, damit Sie das immer auch, damit sich das einprägt bei Ihnen, egal was Sie tun, ob Sie Tragwerksplanung tun, Bauphysik tun, machen, egal was, Sie kommen immer von der Nutzung des Bauherrn, Sie stimmen die Wünsche ab, daraus leiten sich Funktionen ab, die müssen Sie umsetzen und planen. Das ist immer das Gleiche, ob es die Tragwerksplanung ist oder die Bauphysik und im Bereich der Bauphysik muss ich dann halt anhand der Nutzung, die der Bauherr möchte, wenn der Bauherr jetzt zum Beispiel nur eine Scheune bauen will, die nicht beheizt ist, naja, dann sind sie raus, dann braucht er keine Bauphysik großartig, es muss ein bisschen schlagregen schlagregendicht sein und fertig. Aber weil es ein beheiztes Wohngebäude ist, ergeben sich daraus natürlich konkrete Anforderungen an die Funktionssicherung. Mindestniveau, energetisches Niveau und das müssen Sie abspulen und klären mit dem Bauherrn, weil das weiß der natürlich nicht. Und überall da, wo Sie sagen, ich brauche jetzt eine Entscheidung vom Bauherrn, die müssen Sie vorbereiten. Und wenn Sie die Entscheidung brauchen, die lautet, Sie sollen angeben, wie dick muss die Dämmung der Außenwand sein, dann müssen Sie wiederum wissen, wie gut muss denn der U-Wert sein, also der Wärmedämmwert einer Außenwand und um das festlegen zu können, müssen Sie wissen, wird ein bestimmtes energetisches Niveau angestrebt, was höher ist, als das baurechtliche. Das ist eine Antwort, die kann Ihnen nur der Bauherr geben. Da brauchen Sie den für. Und damit der die Entscheidung treffen kann, muss der Bauherr alle Konsequenzen wissen. Und das sind in der Regel Kostenkonsequenzen oder Platzkonsequenzen. Also wenn Sie sagen, ich brauche jetzt für ein Passivhaus 30-40 Zentimeter Dämmung, dann wird die Außenwand halt sehr dick. Und wenn der Bauherr nur ein ganz schmales Grundstück hat, dann ist das vielleicht auch ein maßgebliches Kriterium, zu sagen, ey, okay, Passivhaus lassen wir jetzt mal weg, wenn ich links und rechts jeweils einen halben Meter Wand noch abziehen muss. Meine Anforderung lautet, dünne Außenwände, viel Nutzfläche. Ja, also das kann dann immer im Einzelfall dann auch wiederum zusammenhängen mit anderen Randbedingungen. Deswegen ist es wichtig, die auch insgesamt zu kennen. Okay, jetzt sind wir an einem kleinen Absatz. Gibt's da Fragen.